Guck mal, wie viel, ne? Wie viel gerüttelt ist. Na, was ist denn mit dir los? Simba. Na. Na, Freundchen? Aber siehst du, das macht Elsa nicht. Überhaupt nicht. Die bellt gar nicht. Aber das ist ein ganz schönes Organ. Ist das so ein kleiner Hund? Hm. Man merkt, das ist ein Rüde. Ich glaube, es ist schon etwas kräftiges Wasserladen. Ja, die Rüden. Ja, lustig. Also, die Hände finden schon ganz schön aus. Oh Gott, guck mal die Tee, da hast du gesehen. Oh Gott. So cool. Das war's für heute.